Herr Minister, wir müssen uns jetzt beide ein bisschen recken und streng machen und ein bisschen stark machen, in die Brust werfen, weil wir haben jetzt eine junge Künstlerin, sie steht schon da oben. Sie ist wirklich ein Senkrechtstarter, mancher Politiker wird immer neidisch, wenn er die Erfolge so einer jungen 22-Jährigen zum Beispiel hört. Sissi Ketch heißt sie und sie singt ein Lied und deshalb muss sie in die Brust werfen. Are you man enough? Sissi Ketch. 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 Sissi Ketch.